Heyo Leute was geht und willkommen zu dem Video. Wie ihr hier im Titel auch sehen könnt und hier auch sehen könnt auf der offiziellen Nintendo Homepage, haben wir heute ganz kurz vor sich bekannt gegeben, dass wir heute am 17.01.2018 ab 23 Uhr eigentlich die Tiere brandneues interaktives Witzerlebnis für alle Kinder und auch die Großen unter uns vorstellen werden. Wir konnten natürlich nur spekulieren was es sein wird. Letztes wissen wir es nicht genau. Ich meine wir konnten neue Informationen zum Online-Spielen zeigen, wir konnten uns Games zeigen für die Soikons oder wir konnten irgendwas ganz neues an wie eine VR Brille, theoretisch konnte alles passieren. Was auch immer passieren wird, wir werden uns das live anschauen, denn wir sind schon ab 22.30 Uhr live und werden uns diese Präsentation um 23 Uhr natürlich anschauen und werden in der halben Stunde davor ein bisschen spekulieren, um was es gehen wird. Und ja, ich hoffe ihr seid es dabei. Ich weiß es ist da ein bisschen spät von der Uhrseite her und morgen ist es auch Schule. Aber wenn es die Teller uns 23 Uhr hinklatzt, müssen wir es akzeptieren. Und mei, ich werde es auch sehen Fall anschauen. Das ist einfach so. Ihr könnt auf jeden Fall dabei sein und uns das Bild anschauen, wenn ihr wollt, heute ab 23 Uhr die Präsentation und wir fangen eben so nahe zu dem Frühjahr, nehmt es um 22.30 Uhr an. Link zu dem Stream ist in der Videobeschreibung. Klickt euch da einfach mal rein. So, genau. Das sollte soweit alles wichtige gewesen sein. Einfach nur mit dem Sidewest, das konnte im Prinzip vielleicht auch wie Nintendo Direct, nein, ich habe keine Ahnung. Also Nintendo Präsentation, wo die ein brandneues interaktives Witz-Erlebnis für die Großen und auch für die Kinder vorstellen. Mehr weiß man nicht. Bis eben darauf, dass heute, am Mittwoch, am Mittwoch, am 17.01.2018 um 23 Uhr startfindet. Ich bin gespannt, was es ist. Ich hoffe, ihr Satz dabei und freut es euch. Und ich bin zum ihresten Hype, weil ich, wie gesagt, null Pile habe, was dann eigentlich ist. Ähm, ich kann es das dann auch nur sehen. Ja, und wie gesagt, die werden es sehen. Vielleicht auch irgendwie ein neues Firmware-Update oder so. Man kann einfach nur spekulieren. Ist einfach so. So, ich bedanke mich jetzt auch wiederum ganz fürs, sehr gut, 2-Sound von dem Info-Video, ich weiß was man es nennen mag, ne. Ähm, ich hoffe, ihr seid später dabei. Ich hab's gerne in die Kommentare, ob ihr später dabei seid oder dies. Und zusammen mit mir eben das Nintendo Event hier erlebt. Ich mich wird's freuen. Macht's gut. Bis später. Und ciao.